Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einem GTA Online Racing Battle mit allen aus dem Team Peelzmeet und natürlich DaluKart! Wie verwandle ich mich? Automatisch! Wie fliegt man noch mal runter auf der Tastatur? Ach so, nach der Tastatur kann ich auch... Wow! Ich hab Pilla erstmal gekillt! Wie hast du das geschafft? Mit dem Gegner geflogen! Ach, wie viel? Ich dachte... Oh lol! Was dachtest du? Ja, ich dachte, ich fahr jetzt hier weiter! Ich hab schon auf den Boden gezielt! Wie flieg ich denn noch mal? Alles klar, Christian macht erstmal einen Abgang in einen anderen Channel, find ich auch gut! Ja, es gibt diese neue Verwandlungsrennen... Oh, angeeckt! Neu sind die mittlerweile auch nicht mehr! Das ist voll nice, dass Christian jetzt im anderen Channel ist, weil er sonst noch gedrückt hat... Nein! Aber das Flugzeug hat gar keine Schwerkraft! Ich flieg die ganze Zeit auf den Kopf! Ich sterbe! Ich sterbe! Das ist halt eher so, als wenn man irgendeine Freelancer spielt! Wie kann ich mich denn umdrehen? Ja, drehen halt! Aber super! Wie kann ich mich umdrehen mit dem linken Stick? Seien ihr alle verwirrt? Falsche Richtung! Ich will die ganze Zeit auf den Kopf, der hängt jetzt so fest! Kann ich nicht drehen! Was ist das da? Oh, das ist aber ganz schön eng! Hab mich verwandelt! LOL! Ich hab mich verwandelt und bin gestorben! Okay, nice! Wieso hat mich der Typ jetzt gar nicht in der Sekunde überholt? Wieso hat mich der Typ jetzt gar nicht in der Sekunde überholt? Ja, das ist natürlich jetzt sehr unclever, dass man mit dem Lumpf nicht immer steuert! Muss ich mal hinzustellen! Wie! Okay, ich kann mich nicht mehr bewegen! Bei Jays Ende! Alter, ich bin als erstes mal im Multifunktionslangsam, Alter! Was war das für eine Verwandlung, als wenn so ein Ninja in Rauch aufgeht, ja? Ja, leck mich am Arsch! Okay, also mein Rennen ist voll für den Arsch jetzt! Ja, ich wurde am Anfang direkt gekillt! Ja du, warum tust du das? Was denn? Du mieses Arschgesicht! Ich schwör! Du heißt genau! Du bist! Der Sohn einer Hündin oder so! Ich glaub noch nie, du bist ja ungefallen, oder? Der Sohn einer Hündin! Ey, jetzt beleidige mal nicht meinen Hund, du Arsch! Oh! Oh! Man fährt hier weiter? Das verwandelt sich jetzt hier! Du bist so ein Ficker, wa? Ich hab nichts getan! Ich hab nichts getan! Deine Mom, Alter! Warum bist du dabei erst... Alter, bei dem Mondhof... Alles klar! Der Arsch ist auf dem ersten Platz! Okay, das war schon mal abgefahren! Oh, was ist denn jetzt hier? Ist das ne Rundenstrecke, oder ist das? Runde, zwei Runden! Jungs, was geht da? Okay, ich bin ein Auto! Boom! Jetzt kommt gleich noch ein Bikeraum, was du vielleicht noch nicht kennst! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Was bin ich denn jetzt? Dalu, fick dich! Das ist das LKW mit so nem Ding da vorne dran! Du mieser Arsch-Schicker! Was ist passiert? Du bist so ein Wichser! Ich hab den Auto keiner auf die Schaufel genommen! So! Nein, Auto! Hör auf mich zu ran! Rammeln! Linken Stick reindrücken! Für boost! Ahahaha! Wir haben jetzt voll den Staub vor dem Sack! Was passiert hier? Wie geil! Wir sind jetzt an, die hier festhängen! Boah, ich bin noch fitter geworden! Ah, da ist Peter! Das ist ja wie ne Motorrad! Okay, alles klar! Ne! Was ist das denn? Das ist ein Fliegensmotorrad! Da ist da Luca! Da ist der Junge! Was tust du hier? Was machst du denn hier? Okay! Wieso flieg ich nicht bis dahinten? Wieso flieg ich nicht bis da? Was ist das hier? Wenn wir jetzt den ganzen anderen vorbei uns ran... Ah ne Leute, jetzt kommt Runde 2! Was ist das denn jetzt hier? Das ist ja mega geil! Dieses fliegende Motorrad kann ja alles! Wieso flieg ich denn damit nicht? Damit kannst du auch Raketen schießen! Ach, ich muss den Boot, ich muss den Boost zünden! Okay! Ja, nice! Ja, blä! Ja, bitte! Lass es! Tut nicht! Ich weiß genau, was du vorhast! Du bist so ein Wichser, wa? Du als Ritter! Nice Leute! Ich wollte dich nicht rammen! Das bringt nicht mal was! Okay, du musst das perfekt zünden! Was hast du für ein Flügel? Ich hab grad mein Flügel verloren! Ich hab grade meine Landeklappen ausgepackt! Lande rollen! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Okay, ich komm nicht weiter! Ich scheiter an dem fliegenden Motorrad! Da vorne bist du! Du musst jetzt einmal Boost drücken, um da hoch zu fliegen! Du kannst nur fliegen, wenn du Boost hast! Ja, das hab ich schon mitbekommen, aber ich schaff's trotzdem nicht! Ich flieg nicht so weit! Wir springen über die Rampe, die da links und rechts sind! Ja, genau! Aber mit dem Boost und der Rampe schaff ich das nicht! So, Darno, komm her! Die nach hinten! Das ist vielleicht noch ein Tipp! Ja, auf jeden Fall nach hinten ziehen! Das ist ganz wichtig! Dann kannst du theoretisch auch ohne Rampe abgeben! Oh ja, das stimmt! Oh, das ist voll der gute Tipp gewesen! Dankeschön! Mit nach hinten ziehen, aktivierst du das? Oder was? Mit Boost! Boost nach hinten! Fuck! So, Darno, komm her du Fotze! Ja, komm dran! Das ist doch voll okay! Ich komm hier nicht hoch! Ich versuch diese Wand hier hoch zu fliegen! Nein! Was ist denn das für ein crazy shit hier? Jawohl, jetzt bin ich erster, jetzt wirst du ohne Probleme vorbeiziehen! Ich schnall's nicht, das ist einfach zu crazy hier! Wie? Du schnallst es nicht! Ja, ich musste grad in der steile Wand hoch! Jetzt hör doch mal auf damit! Das hat auch nicht richtig geklappt! Das ist irgendwie! Das ist zu viel für mich! Das ist zu viel für mich! Aber rein dran! Jetzt bin ich wieder im Flugzeug! Aber ich bin anscheinlich letzter! Bis jetzt erst wieder ein Flugzeug! Ja! Ich glaub du kommst nicht ins Ziel! Ja, aber ich werd dich letzter! Da, Luca! Jetzt komm her! Wir standen am Anfang 2 Minuten rum! Du Schnitzel! Immerhin! Nicht, dass du wieder auf dem Boden liegst! Der hat doch auch das Problem, dass du in der Truck kommst! Ja, das ist richtig! Wir sind aber später! Du bist ja gleich wieder auf dem Boden liegst, wenn der Truck kommt! Also, das App überholen war nicht so schwer! Ich weiß nicht, wenn man auf diesem Wand hochkommen soll! Ich weiß nicht, wenn man auf diesem Wand hochkommen soll! Nee, kommt ja jeder vorbei! Dann wär immer noch dabei gekommen! Ja, wir haben wir dann! Scheiß, Alter! Da, du bist nicht! Nein, jetzt geht doch weg! Bitte! Du! Mieser Wichser! Auf damit! Ich hab noch einen Flugzeug! Guck her jetzt! Guck her jetzt! Ich find zumindest den Sonnenuntergang sehr schön hier! Du bist so einsperst! Seid ihr noch die Trucks? Ja! Ich muss schnell zum Motorrad kommen! Bist du auch der Truck? Ja, aber ich bin glaube ich noch zu weit weg für euch! Okay, bravo! Jetzt geht los, Bitch! Wo bist du? Booste doch jetzt! Komm, booste! Hab doch grad geboostet! Jetzt wird schon boosten! Da kommt noch ein Tier! Ne, da unten war er! Da hast du gesehen! Ja, da hab ich gesehen! Der Sonntag ist schon! Der kam dann nicht hoch! Wer auch immer der Ball! Tschüss, Bra! Jetzt bleibt doch hier! Ja, ich weiß nicht wie ich hier hochkomme! Lingen Stick reindrücken! Für boost und nach hinten drücken für fliegen! TUT NICHT! Ja, du fachst! Erster! Das tut mir so Spaß! Tennis hat noch gewonnen! Geht's hitbar! Nicht schlecht! Ja! Zwischen den letzten beiden Checkpoints! Easy überholt! 18, 31! Der kommt da nicht hoch! Guck mal brav! Der ist halt echt richtig! Der muss doch nur nach oben ziehen! Ne, musste man nicht! Wie kann man das denn nicht checken, Alter? Ja, wie du wusstest! Ja, er hat den Boost benutzt! Hat aber nicht geschafft! Also, das fand ich auch nicht so einfach! Ich hab doch alles besprochen! Ui! Wastet! Ja, was fehlte denn bei dir? Wusstest du nicht, dass es den Boost gibt oder was? Ich hab da hinten so und den Boost benutzt! Ja, bei mir war es am Anfang auch nicht genug! WTF? Also, das war nicht genug! Nur mit einem Drehen hat das geklappt! Ich schaffst sogar noch ein Ziel, oder? Das sieht man, wie er einfach gegen die Wand fährt! Ja, ich schaffst tatsächlich ein Ziel! Er hat den Checkpoint! Wie lange hab ich noch? Drei Sekunden, oder? Es ist auf jeden Fall im Rennen! Ja! Wenn das noch die erste Runde war? Wahrscheinlich nicht! Das ist die erste Runde! Ja, dann wahrscheinlich nicht! Guck mal, ich darf jetzt fliegen wieder! Was? Damit hab ich hier gemacht! Oh nein, ich flieg nach hinten! Oh! Nein, ich hab zu früh gedreht! Ja, das ist der Herr hier! Lol, der Typ macht jetzt die zweite Runde erst! Ja, klar! Oh shit, ey! Das hat nicht funktioniert! Gerade wieder fliegen wir! Geil, Alter! Also erstmal ein Snack jetzt! Ein Snack! Aber der Modus ist cool! Also witzig! Wenn man's da mal geschnallt hat! Komm, ey! Direkt den Dalu abgezogen! Oh, es wurden nicht genug Wetten platziert! Nein, nein, nein! Lipscreme! Kommt das schon mit dem Rahmen hier schon wieder! Ich hab Dalu gesehen! Oh, ich muss rausge... Oh nein, 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 nein! Oh, ich glaub, das macht er irgendwann mal nicht so... Boah, er hat sich voll gefangen! Ah, nein! Du Schriebel, was soll das denn? Boah, Dalu, Alter! Warum hast du denn nicht vernünftig geplayt? Das ist ja nicht schlimm! Ich hab mich gefangen, ey! Wie mach ich eigentlich die Sicht, ne andere? Ja, das select mir nicht... Ja, das sagt mir nicht Y, ne... Ja, das sagt mir nicht Y, ne... Ne, das select halt! Wow, weh, Alter! Ich hätte sogar wieder richtig gedreht! Das ist ja nett von dir! Oh, die muss man gar nicht glauben! Ey, wir fahren jetzt einmal im Kreis, oder was? Wer ist denn von der Lehmung schickt hier? Du gehst hier von der Erde genau... Du gehst hier von der Erde genau... Du gehst gerade in der Home-Run! Ja, echt mal, brav, ist doch klar! Wenn du hier richtig gelohnt für dich kriegst! Ich hoffe, du schaffst den Sprung nicht! Tue ich auch noch nicht! Tue ich auch noch nicht! Warum hab ich denn den jetzt nicht geschafft? Du musst als Erster nach hinten ziehen! Das wirst du zu langsam! Ha, das muss man natürlich nur Dalu! Das ist ja praktisch! Dann kill ich mich nochmal! Als vierte hab ich Y-Slam gedrückt halten! Bitte was? Y-Slam gedrückt halten! Ah, Y-Slam gedrückt halten! Geil, Alter! Ich bin auf den Fersen Dalu-Kart! Äh... Der Ramm ist irgendwie... Was war das denn jetzt für eine Trash-Map, Alter? Weißt du, da gewinnt's mit so nem Scheiß! Was mit so nem Scheiß? Das... Anhand deines Speedes und der Ramm ist doch abmessen können! Das ist... Ich werde mir da einfach mal... Mein rechtes Eil lutscht! Ja... Heiße! Aber Jay schafft den Sprung ja in der zweiten Runde nicht! Von daher alles gut! Ja, aber der kennt jetzt den Trick! Einem zugehört! Ja, das ist gut! Oh, jetzt... Oh, oh, okay! Okay, 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 okay! Jetzt direkt? Okay, alles klar, let's go! Boot! Oh! Spring ich! Spring ich! Hallo, kann ich mal eine Kurve fahren? Ich bin überhaupt nicht um die Kurve gekommen! Ja, mit'n Jet-Ski! Wie macht man sich denn schneller mit'n Jet-Ski? Der ist super langsam! Ja, das ist so! Mit'n Jet-Ski? Ja, der geht ganz' Flugzecke vor! Auf Slipstream! Gib'n' Slipstream auch beim Jetstream! Du erzählst uns doch irgendwas wieder nicht! Nee! Alter, ich schleiche! Ja, du bist auch Erster! Hab' ich... Hab' ich'n Honda-Motor? Du bist Erster... Wenn du Erster bist, schleichst du mega hart mittlerweile! Alter, das ist ja ganz schlimm! Aber hier gibt's... Hier gibt's wirklich keinen... Slipstream leider! Wie soll der Windschatten denn funktionieren? Ich bin trotzdem hinter dir! Bei einem Kamer! Ich den hoffentlich sofort! Ja, ich hab'n einfach den schnelleren Jet-Ski! Das liegt wahrscheinlich eher an der Passierung, oder? Der liegt vielleicht da, weil ich die ganze Zeit mal hinten wollte, oder? Jader, ich seh' doch... Oh nein! Ich hab'n nicht rausgefunden, ist jetzt! Ich bin... Wie... Wie kriegen wir denn den Jey da vorne jetzt wieder? Locker! Locker! Jey ist langsam! Ich bin tot! Ich auch! Warte, warte, warte! Das ist wirklich angenehm, ey! Das ist wirklich angenehm, ey! Stellsportprogramm! Warte, warte, denn für eine Scheiße! Ey, niemals Dalu hinterher! Für die riesen Fehler! Ich leb' da doch! Ja, deswegen, ja! Du musstest ja auch nicht billig kopieren! Das ist wie beim kleinen Arschloch, ey! Die anderen sind alle draufgegangen! Ich hab' ich hab' nicht überlegt! Oh nein! Oh! Ein Helikopter?! Alter, was weiß ich, wie wir jetzt den Helikopter steuern mit dem Controller-Wahn! Richtig nice, Alter! Da hat's grad vor mir richtig laut gegangen! Alter! Wie geht denn das? Das ist schon mal cool! Ja, ja! Es geht so wie... Wie mit einem Flugzeug, ja, ja! Alter, Helikopter haben wir doch schon 1000 Battles gemacht mit! Ja, hab' ich aber mit der Tastatur gespielt! Oh, was? Den spiel' ich mit dem Controller! Ja, ihr könnt da ja im laufenden Spiel einfach switchen zwischen den beiden Sachen! Ja! Hau rein, Jay! Ja, möglicherweise bist du schneller! Alter, der Heli, der geht ja voll ab hier! Wenn wir mal Höhe gewinnen, musst du doch anschauen! Ja, Höhe gewinnen ist... Cool! Komm! Ich vorbele hier die ganze Zeit nur Dalu da, ja, ja, ja! Komm! Buff die OS, Heli! Ich finde der Heli fühlt sich so langsam an! Dalu ist trotz ersten Platz einfach schneller als ich, weil ich keine Ahnung wie ich damit steuern kann! Und dann nach vorne kippen! Ja! 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 Wieso explodiert denn mein Wagen, wenn der landet? Äh, ja, wenn du rückwärts, also wenn du falschrum in den... du kommst genauso transformmäßig raus, wie du reinfliegst! Wenn du fliegst auf dem Dach rein, wirst du auch auf dem Dach rausgesetzt! Ich stand aber logischerweise richtig drauf! Ne, ich war auch gerade, ich hab mich überschlagen, weil... Ich mach ne Quatsch! Du bist zum Glück nicht explodiert! Hater! Okay... Vielleicht geht da noch was! Hater! Warno muss gewinnen, ne? Oh! Das seh ich aber anders! Ja, da du, da solltest du nicht so weit fliegen, dann verlierst du Zeit! Das hab ich in dem Fall auch gemacht! Ja, aber weißt du was hier schön ist, wenn man nicht Erster ist? Ja, stimmt! Aber das krieg ich hin, kein Problem! Neu! Hier, du hast mich eiskalt abgezogen! Und go! Oh, das wird jetzt schwierig! Ich hab grad versucht, Dado zu rammen! Ich bin gegen das Ding gefahren! Das gibt es nicht! Komm schon! Du blödes Motorrad! Hier! So bleibst du! Ja, ich bin nicht in die Mitte gefahren, so ne Scheiße! Ich bin schon wieder dagegen! Ja, zwei Plätze aufgeholt, Jungs! Welcher Platz bist du? Vier! Okay, das heißt Jay ist... Der ist drei? Ich! Okay, Jay ist drei! Ich hab's diesmal geschafft, dann einmal hochzuspringen! Da vorne ist Jay! Mal gucken, ob ich den noch krieg, ey! Wapp! Wenn du weißt, wie der Heli zu steuert ist, dann wahrscheinlich... Ich kann halt schlecht beurteilen, wie schnell ich mit dem Heli war! Du musst nur nach vorne, also du musst dich nach vorne lehnen und rechts gehen! Aber das hab ich gemacht! Ey, daaa... Das ist ja alles richtig! Stimmt, aber da, Alu, war Erster zu der Zeit! Das ist schlecht! Boah, du bist mit dem Jetski aber nicht langsamer, oder? Doch, du bist ja schon fast dran! Alter, ich bin gerade mit dem Flugzeug, wenn ich gerade reingekommen! Mein Kopf da, hier, was ich für dich habe! Was hast du denn für mich? Ich seh das nicht! Ja, siehst du dich? Mein Mittelfinger mit der Leitung! Nee, den hab ich wirklich nicht gesehen! Ich glaub, ich geh mal in die Ego-Perspektive beim Jetski! Dann geht er schneller! Alter, wie bist du gesprungen? Oh, nein! Okay, pass auf, da... Also, ich komm ran! Ich muss schnell zum Heli kommen! Wir können nur noch Viert haben, auch wenn ich den Viert haben! Falsche Richtung? Du hast den Checkpoint vergessen! Falsche Richtung! Du hast den Checkpoint in dem grünen Tunnel nicht mitgenommen! Ich bin nicht jeden Tag ganz normal gefahren! Naja, genauso wie ich! Ich hab den auch nicht gekriegt! Du brauchst grad sagen, Bram kommt doch da angefangen! Wie lächerlich ist das denn? Du bist ganz rechts im Tunnel gefahren! Ja, weil der ganz... Ich hab halt versucht, der eng zu fahren! Ja, aber da hast'n Checkpoint nicht berührt! Checkpoint mit dem... Ohohohoho! Flieger! Flieger! Ohohohoho! Das ist hier aber auch gar nicht jemand gesporn! Ach du Scheiße! Boah, ich bin aber auch immer noch da! Krank! Ah, Bram und Krank! Oh, nein! Ich muss mich drehen! Ich muss mich drehen! Gerade, gerade! Wir sind schon wieder lang vorbei geflogen! Ach komm! Du musst halt da durchfliegen, oder? Wieso bist du unsichtbar, Dalu? Ich bin nicht unsichtbar! Bei mir warst du gerade unsichtbar! Ich bin sie anziehen! Ja! Ja! Dalu ist mal wieder nicht! Viel Spaß! Oh, Peter, hau ab mit dir! DALU! Oh! Oh! Du geiles! Oh! Oh! Jetzt schnell wieder! Jetzt kommt Helipopter! Weg! 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 Gib Gas, du blöder Heli! Wieso zieht denn der weg? Da liegt ein Heli in der Röhre Höher 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 Das ist der 1 Nein, der kommt jetzt hoch Nee, nee, das schafft er nicht Das ist ein Luke Du bist wieder voll weggekommen So eine Scheiße LOL Alles gut Alles gut Was ist das bei dir? Das ist doch voll easy Der eine hängt da in der Wand Oh, der ist gerade schon wieder explodiert Der Typ Ja, der kommt ja entgegen Ja, nicht schlecht Peter Ich bin aber nicht reingekommen leider Ich glaube dort ist Keiner von uns Nee, der da wundlicht ist die Zahlenkombination Der hat ja auch schon den Motorrad Wer ist denn das da? Den hab ich auch nicht geschafft Nein, der schafft Christian nicht mehr Ja Ja, scheinbar noch schlechter fliegen als ich LOL Oh, vielleicht schaffe ich das noch Nein! Okay, vielleicht werde ich jetzt auch noch Fünfter Scheiße Komm, bist doch direkt hinter mir sein Oh oh Geht ihr? Tschüss! Ah, das Oh, das war anstrengend Ja Ich hab durchgehend mit der leben Hand gezockt Die rechte ist wie am Spanien gespielt Schade, schade Naja, beim Autofahren ist halt immer nur links Bei, bei, bei Hier Macht der Zeug nicht Nimm seine Hand Alter, was geht Okay, ne Beim Heli hab ich jetzt gerne Pett in der Hand Das stimmt Läuft bei denen Läuft bei denen Außer ich weiß, dass die Tastaturen kennt auch die Steuerung nicht Immerhin gut Cash Ich darf beim Auto die Hand nicht mehr in die Maus machen Ja, Dalo, you're Locko Jetzt mach mich den Pillar Ja, was willst du? Ach, das hat nicht funktioniert mit dem Heli Du bist auch nur Sechster Das stimmt Das stimmt Aber ich hab auch zweimal ein Checkpoint verpasst Wir danken auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen, Leute Dalo hat uns leider fertig gemacht Bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao Tschüss